Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Peter Heinrich von easydav.de. Ja, heute geht es um den Unterschied zwischen Kommen und Ankommen und zwar gleich nach dem Intro. Ja, vorab schaut mal, ich habe eine kleine Verletzung hier. Da hat sich eine etwas unappetitlich, aber es ist auch wichtiges Vokabular, eine Kruste gebildet, die Kruste, das ist natürlich auffällig in der Kamera, lasst euch nicht ablenken, bitte, konzentriert euch aufs Thema. Also, heute geht es um den Unterschied zwischen Kommen und Ankommen und Hintergrund ist eine Nachricht, die ich erhalten habe von unserem Campusmitglied Mike. Er hat mir in unserem Campus diese Frage hier geschrieben. Hallo Peter, ich habe diesen Satz gelesen und war überrascht, zu Hause und nicht nach Hause zu lesen. Jetzt kommt hier der Beispielsatz. Ich bin heute zu Hause angekommen. Könnte es sein, dass Ankommen einen Vorgang beschreibt, der abgeschlossen ist, sodass die Bewegung beendet ist? Aber ich habe auch den folgenden Satz gesehen. Ich bin heute nach Hause gekommen. Hast du ein paar Regeln hier, um mir zu helfen? Ja, die Regeln habe ich. Was Mike hier vorgeschlagen hat, ist viel zu kompliziert. Wir schauen uns am besten die beiden Verben mal hier an. Wir haben das Verb Kommen und das Verb Ankommen. Wichtig ist, wir fragen hier bei Kommen, hier verwenden wir das Fragepronomen, wohin, und ich schreibe jetzt mal die Frage aus, wohin kommst du? Und bei Ankommen, das ist einfach eine feste Regel, fragen wir grundsätzlich, verwenden wir das Fragepronomen, wo? Auch hier schreibe ich die Frage mal aus, wo kommst du an? So, und wir sehen hier schon mal einen kleinen formalen Unterschied. Ankommen ist ein sogenanntes trennbares Verb. Das heißt, es hat einen Verbstamm, das hier ist der Stamm, und es hat eine Vorsilbe. Und die Vorsilbe wandert ans Ende, sobald wir das Verb in einem Satz verwenden, sobald es konjugiert wird. Hier ist die Konjugationsendung, abhängig vom Subjekt, du kommst, ich komme, er, sie, es kommt, und so weiter. Also, wir haben hier ein trennbares Verb, das spielt aber keine weitere Rolle. So, kommen also, wohin kommst du? Und die Antwort hier ist in Verbindung mit Haus, immer, ich komme nach Hause. Das ist einfach eine feste Wendung, das müsst ihr euch merken. Und zwar ist das auch in allen Zeiten der Fall. Ich komme nach Hause, ich bin nach Hause gekommen, und so weiter. Und bei Ankommen, in Verbindung mit Haus, heißt es immer, zu Hause. Wo kommst du heute an? Ich komme zu Hause an. So, mit dem Verb Haus, äh, nicht mit dem Verb, mit Haus im Sinne von meinem Wohnort, dort, wo ich zu Hause bin. Mit den verschiedenen Verwendungen von Haus, nach Hause, zu Hause, bei mir zu Hause, und so weiter. Da habe ich mal ein extra Video gemacht, das findet ihr dann hier oben, müsst es dann erscheinen. Ich habe euch das verlinkt, ähm, wie heißt das Ding, ähm, ja, eine kurze Infobox oder so. Wenn ihr da draufklickt, kommt ihr direkt zu diesem Video. So, und jetzt schauen wir uns diese Verben noch einmal genauer an. Also, das ist dieser Spezialfall mit Hause, das ist eine feste Phrase, ich komme nach Hause. Ähm, wenn wir grundsätzlich von Städten und Ländern sprechen, Städte und Länder, auch da benutzen wir nach, ich komme nach Köln, ich komme nach Frankreich und so weiter. Aber bei Ländern mit Artikel verwenden wir was anderes. Länder mit Artikel. Zum Beispiel die Türkei, ja, ich komme in die, ah, das geht ein bisschen schöner, ich weiß, ich habe keine schöne Schrift, verzeiht mir das, aber ein bisschen schöner geht's, in die Türkei. Ich komme in die USA, das wäre dann ein Plural, in die USA und so weiter. Jetzt haben wir hier einen Spezialfall, denn wir haben hier eine neue Präposition, in, und in ist eine Wechselpräposition. Und Wechselpräpositionen können ja den Dativ und auch den Akkusativ verwenden, weil wir hier aber wohin fragen, folgt nach in der Akkusativ. Das ist die wichtige Regel. Und deswegen steht auch hier der Akkusativ, die Türkei, im Dativ müsste es heißen, in der Türkei. Und das würden wir dann hier unten benutzen, ja. Wenn ich nämlich hier sage, gehen wir mal, machen wir mal auch die Städte. Ich komme an, wo, also Städte und Länder. Und hier kommen jetzt auch die Länder mit Artikel dazu, das macht dann keinen Unterschied. Also ich komme an, in Köln, in Frankreich. Aber jetzt, wenn ein Artikel dazu kommt, also hier können wir ja nicht sehen, jetzt ob das Dativ oder Akkusativ ist, die bleiben einfach unverändert, diese Normen. Aber eben bei Ländern mit Artikel, verwenden wir ja einen Artikel. Und dann steht hier, ich komme an, Entschuldigung, in. Und jetzt verwenden wir mal den Rot für den Dativ. Ihr wisst, bei mir ist der Dativ immer rot. In der Türkei. Und in den USA, das wäre dann der Plural-Dativ. In den USA, beziehungsweise das In, mache ich eine neutralere Farbe. So, in den USA. Das ist zweimal der Dativ, und zwar deswegen Dativ, weil diese Wechselpräposition auf die Frage, wo, mit dem Dativ geht. So, fällt uns noch was dazu ein. Genau, wenn wir so einzelne Locations in einer Stadt, einzelne Lokalitäten, sagen wir mal, ich komme, du verabredest dich mit Gebäuden. Ja, Gebäude, ich komme, nochmal Doppelpunkt, zur Uni heute. Wann kommst du heute zur Uni? Und ihr wisst, zur ist zu der, das heißt mit dem Dativ. Aber, wir haben ja jetzt gesagt, wohin geht der eigentlich mit dem Akkusativ? Aber zu ist keine Wechselpräposition. Zu ist einfach eine Präposition mit Dativ. Ich schreibe das nochmal aus. Zur ist ja das gleiche wie zu plus der. Ja, also das hier ist wieder, ist ein Dativ, aber deswegen, weil eben zu eine Präposition mit Dativ ist. Die benutzt nie den Akkusativ. Ja, es gibt ja Wechselpräpositionen wie die Präposition in. Die benutzt manchmal den Dativ, manchmal den Akkusativ, abhängig von diesen Fragen, wohin und wo. Und dann gibt es Präpositionen, die gehen immer mit Dativ oder immer mit Akkusativ. Auch noch Genitivpräpositionen, aber die interessieren uns hier jetzt nicht. Und zu geht immer mit dem Dativ. Also ich komme zur Uni, ich komme zur Schule, ich komme zum Friedhof, ich komme zum Park und so weiter. Für diese Kontexte verwenden wir zu. Und bei Ankommen Gebäude etc. nenne ich das mal, weil ein Park natürlich kein Gebäude ist. Aber das sind so Speziallokalitäten, kleiner eingegrenzt. Ja, da sagen wir jetzt, ich komme an An der Uni. Du kannst auch sagen, ich komme an bei der Uni. Ja, eigentlich würde ich eher an sagen, ich komme an Am Park. Ja, das ist dann auch an dem, wird dann gebunden zu am. An der können wir nicht binden, da sprechen wir weiterhin an der aus. Also auch an ist eine Wechselpräposition und auf die Frage, wo benutzt sie dann den Dativ hier. So. Und dann kannst du natürlich auch immer spezieller werden und sowas drücken wir dann mit Wechselpräpositionen aus. Ich komme an im Park, wenn du spezifischer sein möchtest. Oder ich komme an neben dem Kino. Ja, oder ich komme wohin neben das Kino, wo wir uns eben treffen. Das sind dann ganz spezielle, spezifische Lokalangaben. Und die geben wir in der Regel mit Wechselpräpositionen an. Und die funktionieren dann halt immer nach ihrer Regel mit Wohin und mit Wo. Wohin mit dem Akkusativ, wo mit dem Dativ. Und das fragen mich immer wieder Leute, warum dann eben nach, obwohl hier Wohin steht, hier ein Akkusativ kommt. Nochmal die Antwort ist, dass die spezielle Präposition Zu einfach immer mit dem Akkusativ fest verbunden ist. Unabhängig von diesen Fragen Wohin und Wo. Okay, das war es für heute. Wenn ihr diese Regeln mit Präpositionen ein bisschen schlauer lernen wollt, auch mit den Wechselpräpositionen und so weiter, dann tragt euch doch unbedingt auch in unseren Gedächtnis-Crash-Kurs für deutsche Grammatik ein. Hier wird jetzt nochmal eingeblendet und ganz speziell kriegt ihr dann auch, wenn ihr wollt, Zugang zu unserem Campus. Dort findet ihr mein Online-Buch Deutsch mit Mnemotechniken. Und da findet ihr wirklich sehr gute Erinnerungshilfen, Eselsbrücken und so weiter, um diese Zusammenhänge zwischen Präposition und Kasus sehr viel leichter zu lernen. Dort findet ihr auch Lieder, wie man das lernen kann und so weiter. Gut, das war es für heute. Ich freue mich natürlich über weitere Abos, über Daumen nach oben. Also wenn ihr meinen Kanal abonniert, worum ich euch sehr bitte, vergesst nicht auch die Glocke zu abonnieren. Und auch nicht vergessen, ein Besuch auf meiner Website easydav.de lohnt sich immer. Das war es für heute. Bis zum nächsten Video. Tschüss.